Moin moin und herzlich willkommen zur 11. Folge von Minecraft Mountain. Ich wünsche euch viel Spaß. Wo ich mir die Arbeit gemacht habe, da bin ich darüber schon mal gegangen. Geil. Wie war's? Was? Einiges Herz. Einiges Herz. Was? Was? ich habe das halbes Herz, Alter. Oh, was ist das? Klingend. Gefällt euch das Video? Dann zeigt es und lasst ein Like da. Also bis ich auf einer Höhe bin, da wo ich irgendwie Rohstoffe oder so finde, da bist du glaube ich schon längst wieder hier. Ja? Gut. Danke. Und dass irgendwie ein Abbild kommt. Ich habe ein bisschen Leben. Ich weiß bestimmt auch, wie die Titelfolge schon hast. Wie so wie der ich. Was? Wie sie? Ich habe hier gerade so hin und her, wie so ein geisteskranke. Ich denke, das ist ein halbes Leben davon. Es wird dunkel. Hast du ein gewisses Musikprogramm bei dir freigeschaltet? Du hast Spotify, ansonsten würde ich von Funnelen jetzt hier Jump spielen. Ja. Ach, scheiße. Ich bin hier nicht GEMA-Geschäft. Oder ins GEMA-Geschäft. Das kann ich gar nicht spielen. Aber ey. Soll. Was hat der Jonathan jetzt damit zu tun? Wow. Ein einziger Apfel, wenn ich mich ein bisschen regere. Will der Hund mich jetzt umbringen, oder was? Das ist was ich jetzt nicht. Alter, mich gerade erschrocken. Nicht ein einziger Apfel kann man nicht sein. Ah, da ist er. Ah, nein. Ja, es reicht nicht. Reicht nicht. Ich drehe durch. Noch zwei Herzen hier. Juhu. Noch nie über zwei Herzen so gefreut. Oh, das war's. Nein, ich mehr. Oh, das war. Mal dann. Ach, meinst schnitzelst duties, Oh, das war. Ja, ich... Erlte. Ich v athletic. Das war's für heute. Pisst euch. Das nehme ich zur Notfalls auch. Drei Herzen. Das nehme ich zur Notfall. Ja, was mir passiert auch nichts Spannendes. Ich versuche mich gerade runter zu graben in der Höhle. Da versteckt er sich. Sonst nix weiter zu essen, na scheiße. Was für eine Richtung muss ich... Die. Mal kurz... Mal kurz weg. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Scheißer. Die Ebene muss ich nur erreichen da. Ich bin Minecraft alleine so wieder da von Teufel spricht Bedürfnisse die ich auch erledigen muss. Das hast du jetzt gesagt. Dumm Fehler du. Und wie oft wirst du jetzt noch gestorben? Gar nicht. Ich lauere auch noch mal meine drei Herzen rum. Problem ist, ich finde aber auch nichts zu essen. Bin jetzt schon bei Midos. Plus minus null, sagen wir es mal so. Das war's mit einer weiteren Folge von Minecraft Mountain. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch ein Like da. Wenn du noch mehr davon sehen willst, dann zeige es und lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.